Und was auch noch ganz witzig ist als Fun Fact, wir sind ja hier heute an unserem Headquarter, das ist ein nachhaltiges Green Building, was seinen CO2-Ausstoß und seine Emissionen vollständig kompensiert und hat zum Beispiel eine eigene Geothermieanlage, wurde aufwendig saniert. Also du merkst, die Magie beim Thema Nachhaltigkeit passiert auch teilweise im kleinen Detail, über das Außen in den Medien gar nicht so oft gesprochen wird.